Oh, Benita, bei den Buben, hm? Ja, fein. Dann gehen wir da noch ein Stückchen, hm? Sicher nicht schlecht, hm? Bisschen Kneipi. Magst du wieder raus? Na gut, sind wir richtig. Ja, die Buben. Ja, Schacki, das ist aber gefährlich, was du machst. Das ist ja keine Ziege. Schacki, geh runter. Ja, das kann ich da bleiben. Baumstamm riecht so gut. Okay, Schacki, schon wieder wirt Ziegen. Ja, Schackile. Na komm, Rüdwa, da schaffst du das schon, Schackira. Da ist nicht viel Wasser. Komm, komm her, komm. Na komm her. Super, super, Schacki. Super, schau wie tief. Baum, die ist mutig. Also so, Saskia, schau mal, wie mutig die Schackira ist. So brav, spitze Masel. So sind, Benita will nicht mehr im Wasser sein. Da sind die Fühnäste noch, hm? Ja, das ist ja noch, nicht mehr im Wasser. So, ich sage, wie ist das denn? Also, sie sagen wir uns schon mal, wie ist das? Es ist nicht so, wie ist das denn? So, ich sage, wie ist das?